Hallo, hier ist der Yogi285. Heute zeige ich euch den VS278 von Asus. Ihr könnt hier die Verpackung sehen. Ich bin hier mal in mein Wohnzimmer gegangen, da das Ganze ein bisschen größer ist heute. Das ist ein 27 Zoll LCD Monitor für den PC. Kann man natürlich auch anderweitig verwenden, aber ist in erster Linie für den PC gedacht. Ihr seht ja auf der Verpackung ein paar Features, zum Beispiel hat der 1 Millisekunden Reaktionszeit, also schon relativ flott. Dann haben wir hier natürlich 1080p Full-HD-Auflösung. Wir haben einen riesengroßen Kontrast von 80 Millionen zu 1, High Contrast. Und wir haben natürlich ein LED-Backlight, eine LED-Hintergrundbeleuchtung, HDCP-Support natürlich dabei. Wir haben auch hier eine Splendid Video Intelligence Technology, was auch immer das ist. Und ja, so sieht die Verpackung aus, relativ unspektakulär. Da war noch ein Umkarton drum, man bekommt das also nicht so geliefert. Es gibt ja Artikel, die man auch so geliefert bekommt, ohne weitere Umverpackung. Hier haben wir noch ein kleines Label drauf. Hier sehen wir, das ist die Oberseite. Und 3 Jahre Garantie gibt es auch. Das Ganze in einer Eco-Box. Und die ganze Eco-Box ist aber sehr unspektakulär. Deshalb würde ich sagen, mache ich das jetzt mal auf. Ich habe das mit den Pfeilen nach oben gelegt. Ich hoffe jetzt mal, dass das alles richtig rum ist. Aber das sieht hier so aus. So, muss ich wieder aufpassen, dass ich mein Stativ nicht umhaue. Das ist immer ein bisschen gefährlich beim Aufklappen der Kartons. Was haben wir denn hier? Großzügig verteilt die ganzen Sachen. Das ist der Standfuß hier. Verpackt in Folie. Natürlich. So sieht er aus. Nochmal mit einer Schutzfolie drauf. Das kann ich hier schon mal direkt eben abziehen. Aber wir sehen das hier mit so einer schönen Optik drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Jetzt können wir das, glaube ich. Mit so einer schönen Punkte-Optik. Ganze im Kreis angeordnet. So sieht es aus. Der Standfuß. So von unten. Dann haben wir hier, was ist das? Ein blaues VGA-Kabel. Wenn man den altmodisch per VGA anschließen möchte. Hier haben wir ein Audio-Kabel. 3,5 mm Klinkenstecker auf beiden Seiten in grün. Denn der Monitor hat natürlich auch einen Audio-Eingang. Und damit könnt ihr dann entsprechende Geräte wie euren MP3-Player oder euer iPod, iPhone, was auch immer, daran anschließen. Und Musik am PC dann darüber ausgeben. Hier haben wir eine Schnellstart-Anleitung in mehreren Sprachen. Ein Quickstart-Guide zu dem VS278 heißt er. So sieht das aus. In diesen Sprachen. Hier könnt ihr die Abkürzungen sehen. Kurze Anleitung. Hier zum Teil bebildert und in noch viel mehr Sprachen Hinweise. Und in noch viel mehr Sprachen. Aber wir sehen oben, welche Anschlüsse unterstützt werden hier. Und ja. Das sollte reichen für die erste Einrichtung. Was haben wir hier? Das ist eine Asus VIP-Member-Notice. Für VIP-Member. Ich bin jetzt VIP-Member oder kann das hier offensichtlich werden. Auch wieder in Dutzenden oder sogar Hunderten Sprachen. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier ein HDMI-Ausgang auf DVI-Kabel. Wenn man einen DVI-Ausgang nur an der Grafikkarte hat, dann hat man hier praktischerweise, oder umgekehrt, wenn man einen HDMI-Ausgang an der Grafikkarte hat, kann man hier den Monitor auch anschließen. Ein HDMI-Ausgang auf HDMI-Kabel gibt es offensichtlich nicht. Da muss man sich mit einem Adapter helfen, wenn man das so anschließen möchte. Hier haben wir noch das standardmäßige Stromanschlusskabel. Das war hinten rechts noch drin. Und das war es dann auch schon in dieser oberen Form hier. Die nehmen wir mal raus. Die sieht so aus. Sehr schön. Das räume ich mal eben beiseite, damit das jetzt nicht da reinfällt. Das war also das Zubehör, wie gesagt, Audio-Kabel, Strom-Kabel, DVI-Ausgang auf HDMI-Kabel und das altembolische VGA-Kabel und den wunderschönen Fuß. Montage zeige ich euch natürlich auch gleich. Wir machen jetzt erstmal weiter und holen hier mal das Kernstück des Ganzen raus. So, ich versuche das Ganze jetzt mal hier einigermaßen sicher rauszuholen. Ist relativ, naja, mittelschwer, sage ich jetzt mal. Entfernen wir das mal eben hier. Und wir sehen, bekomme ich den komplett aufs Bild. Ja, bekomme ich, wenn ich das hier mal richtig hinhalte, genau so. So sieht er aus. Der Asus, wie heißt er nochmal, VS27-8Q steht hier oben rechts jetzt. Das stand auf der Verpackung nicht. Könnt ihr vielleicht sehen, hier mal eben, oben rechts das Etikett. Da sehen wir nochmal die ganzen Features, unter anderem ein Millisekunden, LED-Backlight, also eigentlich alles, was auf der Verpackung stand. Nur nochmal hier schön in Farbe und glänzend. Und das Ganze hat hier noch so eine Schutzfolie aufgezogen. Könnt ihr vielleicht sehen. Das wird noch glänzender darunter. In der schönen Klavierlack-Optik kommt das wieder daher. Das hier unten sind offensichtlich echte physische Tasten. Die kann man hier unten wunderbar bedienen. Bekomme ein wunderbares Feedback. Also keine Touch-Tasten, wie das ja auch oft gelöst ist bei heutigen Monitoren. Und jetzt wird mir das Ganze doch ein bisschen schwer auf einer Hand hier. Hier sehen wir das wunderschöne silberne Asus-Logo. Ich ziehe das mal gerade alles ab hier. So, und unten rechts haben wir noch ein kleines HDMI-Logo, denn das unterstützt ihr natürlich auch. Ist natürlich auch wichtig, dass man das da vorne drauf sieht. So, was haben wir hier? Einen silbernen Fuß mit vielen Plastik-Schutzstreifen drauf. Die wieder schön zerfleddern. Und einmal hier hoch. So, mal ein bisschen näher hier. Wird langsam ein bisschen schwer für mich auf einem Arm. Aber das mache ich ja gerne für euch. So sieht er aus. Der Fuß, der dann später in den Standfuß kommt. Der Fuß, der in den Fuß kommt. Und gucken wir uns das Ganze nochmal von hinten natürlich an. Ich habe den jetzt nochmal eben in seine Form zurückgelegt, damit wir uns den nochmal in Ruhe von hinten angucken können, ohne dass ich den hier rumbalancieren muss. Der wurde nämlich langsam wirklich schwer. Hier haben wir also den normalen Stromkabel-Eingang, den normalen PC-Stromstecker. Hier haben wir einen Ein- und Ausschalter. Auch ganz praktisch, wenn man das Gerät mal komplett stromlos machen möchte. Das hier ist ein Displayport-Anschluss. Ich zoome da gerade mal ein bisschen ran für euch. Das hier ist ein Displayport-Anschluss. Hier haben wir zwei HDMI-Anschlüsse nebeneinander. Umschalten kann man die dann, wie gesagt, vorne mit diesen Menütasten, die ich euch gerade eben gezeigt habe, die unten drunter angebracht sind. Hier haben wir den klassischen VGA-Anschluss. Da war ja auch das Kabel mitgeliefert und hierfür eben das HDMI-Auf-DVI-Kabel dann. DVI-Kabel als Anschluss an der Grafikkarte ist hier vorgesehen. Wenn man da eine andere Variante nutzen möchte, zum Beispiel direkt den HDMI-Out an der Grafikkarte, den gibt es ja heutzutage auch meistens dabei, dann muss man sich natürlich hier ein eigenes Kabel noch beschaffen. Das liegt also nicht dabei. Wir haben hier auf der ganz rechten Seite noch einen Line-In-Eingang, das ist der grüne und wir haben einen blauen Kopfhörer-Ausgang. Das heißt, wir können ja auch unsere Audio-Geräte wunderbar direkt am Schreibtisch anschließen, wenn wir dafür noch keine andere Lösung gefunden haben. Ich zoome noch mal ein Stück raus, denn es geht jetzt noch mal um den Standfuß, die Montage. Dazu können wir den direkt so liegen lassen. Oh, das ist ein fieses Geräusch. Den Standfuß hier unten, den können wir übrigens auch eine ganze Ecke neigen. Ich weiß jetzt gerade den Winkel nicht, aber können wir der Produktbeschreibung sicherlich entnehmen. Das fühlt sich sehr stabil an hier, um auch das Gewicht des Monitors zu halten. Ich komme jetzt aber mal eben zur Montage des Standfuß. Dazu drehe ich den nochmal ein bisschen hier hoch, damit ihr das besser sehen könnt. Hier unten drunter könnt ihr drei Löcher sehen am Monitor. Die genau gleiche Anordnung haben wir hier als Schrauben auf dieser wunderschönen Bodenplatte. Und auf der Rückseite haben wir praktischerweise so eine Schraube mit so einem Griff her. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Gibt es bestimmt auch ein Fachwort für. Lasst mich das wissen in den Kommentaren, wenn ihr möchtet. Und wie sowas heißt. Und genau so können wir das jetzt hier drauf aufsetzen. Wo wir nur noch darauf achten müssen, ist diese kleine Nase hier oben. Die muss nämlich noch hier in diese Aussparung hier hin. Können Sie sehen, die helle Aussparung. Da muss die eingeführt werden. Die dient dann auch automatisch so als Führung, damit man die Löcher hier richtig trifft. Wir setzen das also etwas schräg auf, dass die Nase da oben reingeht. Und dann sind wir automatisch mit den Löchern drin. Ich habe euch das jetzt von hinten gezeigt. Aber von vorne wäre das auch nicht viel aufschlussreicher, denke ich mal. Wie gesagt, setzt das ein bisschen schräg auf und kippt das dann rein. Ist eigentlich selbsterklärend, wenn ihr das vor euch habt. Und ist eine sehr einfache Methode. Da habe ich schon kompliziertere Standfüße montiert. Das muss man sagen. Hier ordentlich anziehen. Aber an die starken Leute bitte bedenken nach. Fest kommt ab. Das ist nicht kein allzu starkes Gewinde hier. Also ich würde das jetzt so lassen. Handfest angezogen. Ich nehme das gute Stück jetzt mal mit in mein Büro. Aus meinem Wohnzimmer raus hier. Hier gehört er nicht hin. Bring ihn an seinen Platz, nehm ihn in Betrieb. Und ja, das dürft ihr euch natürlich mit anschauen, wenn ihr möchtet. Bis gleich. Und dann können wir das hier festziehen. Und das war es auch dann eigentlich schon. Das muss man natürlich erstmal hier richtig treffen. Einen Augenblick. So, jetzt müsste es aber kommen. Und dann kann ich hinnehmen. Vielen Dank.